Und deswegen möchte ich heute ein Gebet für alle diese Menschen sprechen, die sind umgekommen in verschiedene Pagromen, von Kreuzzügen bis Schoah. Auch heute, ich habe genannt, es gibt verschiedene Angriffe an die Synagogen, an Friedhofe, an die jüdischen Menschen, es gibt Verletzte und leider auch Verstorben. Am Tzei Menucha Nekona, al Kanfei Hashiachina, be'malut Gdoshimu Tehorim, ke'ezo Arrakia Mazheirim, at כל הנשמות, shealleluhu bakkul Pagromen, vahashuah b'Evropa, shenecharguu, shenishkatu, shenishrifu, veshenispuu al Kiddush Hashem, bakkul mikkamot b'Evropa, vmachano hodhashmada, bavur shikol ha-kahal ha-kadosh shilano, mitpallel lilui nishmotikhem, lachen b'al ha-rachamim yastirem, beseter khnapav leoilamim, vayitzrur b'itzrur ha-chayim, et nishmotihem, adunai hu nachalatan, behanedentihem menuchatam, vayamdu le-guralam, da wurden getötet die Frommen in der Ortschaft Weflinghofen. Sie heiligten ebenfalls den Namen Gazea. Bräutigame und schöne Bräute, alte Männer und Frauen, Jünglinge und Mädchen streckten den Hals aus und schlachteten einander. Sie gaben ihre Seele dahin zur Heiligung des Namens in den Wasserseenen rings um die Ortschaft.